Welche Schrotflinte hast du? Ich habe mittlerweile die letzte ganz unten Verliege es richtig ab Alter, es kann doch nicht sein, Alter Jetzt kriege ich die ganze Zeit nur noch in den Kopf, Alter Ich komme um die Ecke, boom Da hat man mit Glück einen Kill bekommen Ups, habe ich Tim gekillt? Alter, guck mal, ich bin hochgerusht, guck mal rechts Ich habe nur einen Kill-Reifen gelassen Die standen alle hinter dem Zuge, Alter Zwei Sniper auf der Seite, einer mit Medic, einer mit Versorgung Alter, zieht die Arme, wurde neutralisiert Drei Schuss, halte Teamwaffe, ne Redaktion ... ... ... ... Alter, wo käme ich denn da hin? Willst du jetzt von mir ein Team? Ja, schon wieder Teamkill Sorry, wusste ich gar nicht, dass Teamkill anders Oder? Doch, ja Ich schieße halt lieber auf Gegner, weil Jetzt fangen die mit YouTube an, älter Hol YouTube YouTube Das ist der Granatwerfer Damit schießt einmal rein und haust das ganze Team weg Das ist ja einziges, was noch schlimmer als RPG und Shotgun ist Da bin ich mal wieder im Kill Boah, ich bring grad hinter den ganzen Gegnern Und er sieht mich älter Ich schreibe Spawncamper, älter Klar, ich renne da oben rein wie so ein behinderter, älter Ein hundert Mann, aber bin Spawncamper Ach, das kann ich knicken, älter Jetzt renne ich da hoch, älter Jetzt wartet schon mal einer Barrett, ach komm Jetzt misst uns ein W bloß Team 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 Hey, die campen überall, Alter. Egal aus welchem Container du rausgerannt kommst, er löst uns nur noch Laser, Alter. Die können sofort außen überall reingehen. Soll ich den Wichsen. Soll ich den Wichsen. Wir haben gerade Arreter zu den Bravo neutralisieren. Soll ich den Wichsen. Soll ich den Wichsen. Ja. Die sind nicht kämpfen, Alter, von beiden Seiten, Alter. Ja, geil, ich mach Teamkill, Alter. So beschissen, wenn du mitten in den Gegnern drin stehst, Alter, und auf einmal stehst du die Kina, die beiden, ja. Alter, von boh. Ja, 90% von denen stehen oben alle an der Brücke, und da oben reinhören, da ist nicht alle zu vollmöglich an der Brücke. Wir haben Reinsatzziel Bravo neutralisiert. Das war nicht so gut. Wir haben gerade die Kontrolle übereinstattet, Alter, übernommen. Alter, ich bin schon wieder hoch, einfach reingerannt und alle weggenutzt. Ich bin mal da hochzockt, die Brücke hoch. War schon mal eine Waffe, die schnell schießt. neuer Secretary, der ist nicht selber hoch und all das vorbeziehen. Woah! Danger! municipal mit sie die Unter roman 33 12 An 15 20 22 25 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020